Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute starten wir sozusagen mit der letzten Phase der Software Engineering Reihe und eigentlich mit der vorletzten Phase des eigentlichen Software Engineering Prozesses. Das heißt, wir sind jetzt nach der Implementierung, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, sind wir jetzt heute beim Testen angekommen. Testen muss man eigentlich die ganze Zeit und danach muss man eigentlich auch die Software noch warten, das heißt Fehler, Bug fixen und so weiter und so fort. Aber testen findet ja auch Bugs und von dem her hat das auch viel miteinander zu tun. Das heißt, wenn ihr aber irgendwie noch irgendwelche Fehler, aber wenn ihr irgendwelche Wünsche oder sowas noch findet oder hättet, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Es gibt haufenweise Kanäle, über die ich erreichbar bin und ich versuche das dann natürlich im Nachhinein auf jeden Fall noch in die Reihe reinzubringen. Das heißt, die ist nicht unbedingt vollständig wie eigentlich die meisten Reihen von mir, aber sie hat jetzt auf jeden Fall die allerwichtigsten Kerneigenschaften, die ihr auf jeden Fall kennen solltet. So, okay, beim Testen geht es darum, dass man Fehler findet, das heißt, ich habe hier mal einführend ein Zitat von Dijkstra oder Dijkstra, je nachdem wie man ihn aussprechen möchte. Testing shows the presence of bugs, not their absence. Das bedeutet so viel wie, wir finden nur Bugs, aber wir können nicht verifizieren, dass es keine mehr sonst gibt. Das heißt, wir haben eigentlich das Problem, dass wir zwar Fehler finden und wir können die Fehler auch beheben, aber es können immer noch gut Fehler drinnen sein in unserem Code. Und ja, deswegen gibt es auch diese drei offiziellen Kategorien von Tests. Da gibt es einmal die Tests, die wirklich nur die Fehler erkennen, das sind die, von denen der Dijkstra hier gesprochen hat. Und dann gibt es die Verifikation, die auch wirklich versucht, die Korrektheit von Code zu beweisen, das heißt, die Korrektheit von einem Algorithmus zu beweisen. Und das ist für komplexe Software wirklich sehr, sehr schwer bis quasi unmöglich, im Sinne von, man muss wirklich jede Variablenbelegung, die möglich ist, durchgehen, um zu beweisen, dass das Programm nicht abstürzen kann. Das ist was, was man sehr, sehr gerne hätte natürlich, aber was man eigentlich nicht erreichen kann. Weil eine Variable kann so viele verschiedene Werte annehmen, also ich meine jetzt allein ein String, Da kann jeder Buchstabe, jede UTF-8-Formation hier annehmen, das heißt, wir haben allein für einen Buchstaben schon unglaublich viele Möglichkeiten. Und dann natürlich die Länge eines Strings ist ja auch meistens recht lang und dann haben wir meistens auch mehr als einen String bei uns, das heißt, wir haben wirklich ein Problem. Also ja, vor allem sind die ja nach hinten meistens nicht gedeckelt, das heißt, Strings können oftmals so lang sein, wie sie wollen. Und da sind wir schon mal aufgeschmissen, weil es könnte natürlich einfach sein, dass der String mit der Länge 548 noch funktioniert, aber 549 funktioniert dann halt nicht mehr. Und da kann man natürlich einfach Verifikation fast nicht erwarten, deswegen hat man Tests, die Fehler erkennen. Es gibt aber auch noch eine dritte Kategorie und zwar eine Analyse. Und die ist sehr, sehr interessant, weil die nicht unbedingt Fehler erkennt, sondern sie wirklich die Eigenschaften einer gewissen Komponente, einer Softwarekomponente bestimmt. Und das heißt, man kann Softwarekomponenten analysieren und vielleicht auch reviewen und da findet man auch nochmal recht viel mehr als nur bei Unit-Tests. Das ist auch was, was aktuell sehr umforscht wird, würde ich mal so behaupten und auch sehr, sehr groß im Kommen ist. Aber da habe ich tatsächlich noch nicht so viele Informationen dazu, wie ich gerne hätte, da muss ich mich noch ein bisschen mehr einlesen. Okay, so, also was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns erstmal noch die drei weiteren Kategorien von Fehlern sozusagen angucken. Und zwar, es gibt Anforderungsfehler, das sind tatsächlich Fehler, die im Requirements Engineering passieren. Das heißt, da ist was, was der Kunde wollte, einfach falsch verstanden worden. Das heißt, man hat zum Beispiel eine, wenn wir jetzt praktisch mal schauen, der Kunde wollte ein Rollenspiel und wir haben ihm geliefert einen Shooter und keine Rollenspielelemente drin. Das ist einer der gravierendsten Fehler, das heißt, Anforderungsfehler sind eigentlich immer die schlimmsten, weil sie extrem teuer zu fixen sind. Also ich meine, wenn wir einen fertigen Shooter haben, da noch ein Rollenspiel draus zu machen, klar, das wäre möglich, aber es kostet, und zwar es kostet sehr viel Zeit. Vor allem, wenn man dann den Fokus auf die Rollenspielaspekte legen möchte, dann dauert das sehr, sehr lange und ist im Endeffekt normal ein eigenes Projekt schon fast. Das heißt, Anforderungsfehler sind immer die teuersten Fehler. So, Entwurfsfehler sind die zweite Stufe sozusagen, das heißt, das sind die Fehler, die nach den Anforderungsfehlern kommen, also quasi von den Anforderungen, die sind alle richtig, nehmen wir an, dann machen wir einen Fehler beim Übersetzen in den Entwurf. Das heißt, unsere Dokumente im Endeffekt, unsere Architektur funktioniert so nicht oder unser Klassendiagramm funktioniert so nicht. Das sind die zwei teuersten Fehler, denn die wiederum führen dazu, dass natürlich die Implementierung auch falsch ist. Das heißt, man muss auf jeden Fall den Entwurf fixen und die Implementierung fixen. Das heißt, die sind auch recht teuer, aber nicht ganz so schlimm wie Anforderungsfehler. Und das letzte ist natürlich Implementierungsfehler, das heißt, einfach irgendwelche Bugs im Code kommt vor, ist nicht ganz so tragisch. Normalerweise kann man es recht schnell fixen, man muss es aber trotzdem deployen und das kostet natürlich auch wieder Zeit. Das heißt, man muss den Code fixen erstmal, dann muss man neu kompilieren und dann muss das Ding wieder zum Kunden ausgeliefert werden, was alles seine Zeit dauern kann und natürlich auch deswegen etwas kostet, weil zum Beispiel in der Zeit die Kunden einfach nicht wahrnehmen können, was sie gerne machen würden. Ja, okay, das sind so die drei Kategorien von Fehlern, die man finden muss und ihr merkt jetzt vielleicht schon, Codefehler zu finden, ist zwar recht gut möglich mit Unitests zum Beispiel, aber Anforderungsfehler können wir so definitiv nicht finden und auch keine Entwurfsfehler. Das heißt, Unitests sind leider einfach nicht alles. Und deswegen hat man sich das Ganze jetzt hier erstmal so vorgestellt und zwar, es gibt hier die Möglichkeit erstmal den Code, also ab der Kategorie oder ab der Stufe Code, kann man wirklich auch automatisierte Tests laufen lassen. Das heißt, wir fangen an oder wir haben Code geschrieben, dann haben wir Unitests, danach kommen Integrationstests, danach kommen Systemtests und dann kommen hier unten Abnahmetests. Warum sind Abnahmetests jetzt woanders? Ganz einfach, weil die vom Kunden gemacht werden, aber alles der Reihe nach. Unitests sind wirklich dazu da, um einzelne Funktionen, Methoden zu testen. Das heißt, wir erstellen uns eine Klasse und diese Klasse wird nachher getestet, Methode für Methode durch, für jede Variablenbelegung am besten, die möglich ist. Okay, das sind Unitests. So, Integrationstests bedeutet so viel wie, die sind dazu da, also Integrationstests, damit die Komponenten, die zusammenarbeiten, das heißt die verschiedenen Module, dass die korrekt zusammenarbeiten. Und das ist schon mal natürlich nochmal eine Stufe mehr als nur einzelne Methoden, sondern das ist eher das Zusammenwirken von diesen ganzen Komponenten, dass die auch richtig funktionieren. Das ist nochmal viel, viel härter natürlich, aber trotzdem sehr, sehr cool und sehr wichtig natürlich auch. So, und Systemtests, das letzte, was der Entwickler oder die Entwickler, plural, dann auch tatsächlich machen müssen. Systemtests sind dazu da, das ganze System zu deployen, das heißt auch wirklich funktionsfähig fertigzustellen, dass man es auch wirklich schon benutzen kann und dann zu testen. Das kann nochmal durchaus anders sein, denn wenn man das Ganze sich lokal runtergeladen hat, hat man vielleicht andere Libraries installiert, man hat vielleicht andere Voraussetzungen, zum Beispiel hat man vielleicht ein Windows-System und nachher soll es auf einem Linux-System laufen. Dann ist natürlich der Systemtest nochmal ein bisschen anders. Das heißt, der Systemtest, der macht das ganze System, liefert das fertig aus und überprüft, ob der da läuft. So, und der Abnahmetest, das ist dann auch wirklich, wenn der Kunde das Ding bekommt, also wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir das Ding abgeben, zum Beispiel wieder mal ein Spiel, wir deployen das ganze Spiel, sodass man es bei Steam runterladen kann. Wir sind in der Beta und alle laden sich das Ding runter und plötzlich kommen eine Milliarde negative Reviews, stürzt im Ladebildschirm ab. Bäm, scheiße gelaufen, dann ist offensichtlich der Abnahmetest fehlgeschlagen und eigentlich sollte sowas schon beim Systemtest am besten auffallen, denn spätestens da sollte auch eigentlich das ganze Ding bei den Entwicklern abstürzen im Ladescreen. Oder am besten schon beim Integrationstest, aber am allerbesten natürlich schon beim Unit-Test. Ja, also ihr seht, je früher man Fehler findet, desto besser ist es natürlich, aber beim Abnahmetest sollte am besten alles funktionieren. So, und jetzt habe ich euch hier noch eine weitere Klassifikation von Tests mitgebracht, dann können wir nächstes Mal richtig starten, wie man diese Dinge angeht. Und zwar, es gibt noch mehr Klassifikationen hier, White Box vs. Black Box Testing. White Box Testing bedeutet so viel wie, man hat Zugriff auf den Code, man weiß alles haargenau, man hat Zugriff auf die komplette Dokumentation, also White Box und Black Box bezieht sich jetzt nicht auf einen speziellen Test hier, sondern da kann man jedes Dokument, also auch Klassendiagramme oder sowas drin prüfen, White Box bedeutet, man hat das Dokument vorliegen, man kann es angucken, Black Box bedeutet, man kann es nicht angucken, man überprüft nur, ob das auch wirklich funktioniert, was funktionieren soll. Sprich zum Beispiel, Black Box Testing wäre der Abnahmetest, der Kunde hat keine Ahnung, was das System macht, aber es muss natürlich einfach laufen. Während White Box Test wäre eine Review, das heißt, jemand guckt sich einfach wirklich den Code an oder guckt sich das Entwurfsdokument an und sagt, das ist Bullshit, macht das neu. Okay, zum Beispiel. So, und dann nächste zwei Kategorien, es gibt einmal statische Tests, das heißt Tests, die tatsächlich manuell durchgeführt werden und man sagt, ja, das sind im Endeffekt Reviews tatsächlich, das heißt, da kommt jemand anderes und guckt sich das Dokument richtig an und sagt, also jemand, der unbeteiligt ist, das ist ganz wichtig bei Reviews, dass derjenige nicht der ist, der es auch wirklich angefertigt hat, das Dokument. Also, wenn ich jetzt ein Klassendiagramm schreibe, dann muss jemand anders dieses Klassendiagramm reviewen, das heißt prüfen, das ist ganz wichtig. Sonst, man ist selber zu tief drin, man findet da seine eigenen Fehler niemals, das ist einfach ganz normal. Und dynamisch bedeutet, das sind tatsächlich Sachen, die man vorher schreiben kann, also sprich sowas wie Unit Tests, man schreibt sich diese Tests und dann lässt man sie einfach laufen und wenn der Code einen Fehler hatte, dann wird er gefunden, automatisch, völlig automatisch und wenn der Code keinen Fehler hatte, dann wird er eben nicht gefunden. Also, klar, dann gibt es ja keinen Fehler offensichtlich. So, jetzt habe ich euch haufenweise Kategorien von Tests um die Ohren gehauen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Arten, wie man Tests durchführen kann. Wir werden uns jetzt aber nächstes Mal dann noch speziell mit den Unit Tests beschäftigen, das heißt, wie geht man da vielleicht vor, dass man auch wirklich alles abgedeckt hat, denn es ist, das ist das Allerschwerste. Also, ich meine, klar, jeder kann Unit Tests schreiben, aber dass der Unit Test dann auch wirklich aussagekräftig ist, das heißt, dass man an alles gedacht hat, das ist das Allerschwerste und da gucken wir uns nächstes Mal an, was man dafür machen kann. Okay, das war es von meiner Seite erstmal, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!